So Freunde, das ist die 39. Folge von SEO Driven und ich bin ganz hibbelig, denn diese Woche geht es bei mir in meinem Podcast und meinem Videoblog rund um SEO, Online-Marketing und mehr um das Thema SEO ist tot. Und deswegen braucht ihr euch auch über Content-Marketing gar keine Gedanken mehr machen. Ja und das ist natürlich ein Scherz, denn ich bin Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects und wir sind spezialisiert auf SEO Driven Content Marketing und wenn ich jetzt behaupten würde, SEO und Content Marketing sind tot, dann würde ich mir in mein eigenes Grab schaufeln und nicht an meine eigene Mission denken. Und ich denke nämlich, dass man Content Marketing unbedingt nicht nur des Contents Willen oder des Content Marketing Willens oder was auch immer machen sollte, sondern dass man sich auch überlegen sollte, was kann ich denn mit Content Marketing erreichen? Und Content Marketing ist eben super geeignet, um SEO Ziele zu erreichen. Ich mache das also nicht nur für einen Blog oder um den zu befüllen oder um ein paar Likes bei Facebook zu bekommen oder um meinen Content irgendwie bei LinkedIn hochzuladen, sondern ich will letzten Endes, dass die Leute mich finden und mit gutem Content, den ich zwangsläufig, wenn ich Content Marketing machen will, verfasse oder produziere und mit dem Seeding, was eben auch zu Content Marketing dazugehört, erzeuge ich eben Signale und genau das, was Google eben will. Google sagt weiterhin, die beiden wichtigsten Faktoren für die Suchmaschinenoptimierung sind guter Content und gute Backlinks und beides kriege ich, wenn ich Content Marketing richtig mache. Und deshalb ist es eben so schade, dass es da draußen so viele Agenturen und Unternehmen gibt, die Content Marketing betreiben und sich dabei überhaupt gar keine Gedanken über SEO machen. Also die hauen das irgendwie in ihren Blog rein, sie schreiben so von der Leber weg, so wie ich jetzt vielleicht diesen Podcast oder dieses Video gerade hier mache. Aber sie machen sich eben nicht Gedanken darüber, womit sie denn eigentlich da überall so erscheinen können in den Suchergebnissen. Sie schreiben vielleicht jedes Jahr wieder über die gleichen Themen, weil jedes Jahr Weihnachten ist, weil jedes Jahr Ostern ist, denken sich eine tolle Kampagne aus und treiben sie durch das Facebook-Dorf und durch Twitter, machen sich aber keine Gedanken darüber, dass sie vielleicht Duplicate-Content produzieren und sich damit selbst ein Stück weit kannibalisieren in den Suchergebnissen. Und wenn dieser erste Hype vom Seeding vorbei ist, also bei Twitter und so weiter, das Ganze wieder runtergerutscht ist, dann habe ich den Content für die Tonne gemacht, dann sieht den keiner mehr? Das ist doch schade. Da kann ich mir noch Gedanken darüber machen, wie ich dafür sorgen kann, dass eben meine coole Seite, meine coolen Inhalte, meine interaktiven Infografiken, was auch immer ich mir da ausgedacht habe, mein super Erklärvideo oder wie auch immer, dass das eben auch weiterhin von Leuten gefunden wird und dafür sind nun mal Suchmaschinen da. Und wenn ich mir vorher Gedanken mache, wo kann ich denn jetzt damit in den Suchmaschinen erscheinen, dann tut es doch überhaupt nicht weh, sondern ich produziere vielleicht sogar noch bessere Inhalte, weil ich mir Gedanken darüber mache, was wollen die Leute denn da draußen überhaupt so sehen, weil in Suchmaschinen geben die Leute das ein, wofür sie sich interessieren. Haha, Überraschung. Und deswegen mache ich mir eben auch Gedanken über Keywords und Suchvolumen. Ob jetzt da die genauen Zahlen stimmen oder nicht, ist mir doch egal. Ich will erstmal wissen, wofür interessieren sich die Leute? Was wollen sie lesen? Was sind die großen Fragen da draußen vielleicht in meinem Thema? Und dafür sind doch Suchmaschinen super. Und dafür werden sie auch von meinen potenziellen Kunden benutzt. Und dementsprechend, wenn ich schon mir so viel Mühe mache und Content Marketing betreibe und Content Marketing ist wirklich eine Sache, da kann man viel Arbeit reinstecken und so Kollegen wie der Marco Jan von Zoom, Margo ist da das beste Beispiel. Ich versuche ja auch so ein bisschen mehr Content zu produzieren in Form von meiner Show zum Beispiel. Aber wir müssen doch überlegen, wenn wir da so viel Arbeit reinstecken, dann soll es doch am Ende auch ein bisschen mehr bringen, als das bisschen Hype, der eben schnell verfliegt in Social Media. Und wenn ich eben nachhaltig davon profitieren will, dann muss ich mir eben auch die Suchmaschinen mit in mein Konzept einbauen. Und das ist gar nicht so schwierig und gar nicht so schlimm. Und Content Marketing, auch wenn es viele nicht mehr hören können, kann man natürlich unterschiedlich auslegen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Content Marketing ein super Weg und ein super Mittel ist, eben mehr Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erreichen, damit mehr Reichweite zu generieren, eben mehr relevante Nutzer auch auf die Seite zu bekommen, die zu überzeugen, dass man es wirklich drauf hat, dass man Ahnung hat, sie zu binden, auf der Webseite zu halten. Und wenn ihr euch mal darüber Gedanken macht, was die großen Internet Companies da draußen für KPI haben, da geht es meistens darum, die Leute möglichst lange in ihrer Welt, in ihrer App auf ihrer Seite zu belassen und zu halten. Und das ist doch eben auch das Ziel für mich selbst. Weil je länger sich jemand mit meiner Marke und mit meinen Inhalten und mit meiner Meinung vielleicht und mit meinem Wissen auseinandersetzt, desto besser und desto mehr wird er mir vielleicht vertrauen oder vielleicht auch nicht meiner Meinung sein. Aber da trennt sich dann eben die Spreu vom Weizen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass Content Marketing weiterhin Sinn macht und dass man Content Marketing auch vor allem aus der SEO-Sicht betrachten sollte, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Wenn du nicht der Meinung bist, dann hau ab und schau meine Sendung nicht weiter, weil hier wird es weiter um SEO-Driven Content Marketing gehen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über Feedback, auch wenn du sozusagen disagreeest. Schreib mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Mail oder eine Direktnachricht. Abonniere meinen Kanal, wenn du dir weiter meine Meinung reinziehen willst und teile das Ganze mit deinen Freunden und Bekannten und so weiter. Und morgen gibt es nochmal die Zusammenfassung, falls du nicht alle Videos oder alle Podcasts diese Woche reinziehen wolltest. Da bleib also dran und ich freue mich bis dahin. Danke, Christian. Ciao, ciao.